Auto ist getankt. Wir fahren nach München, nach Ruhr, zu dem Contest. Wir holen jetzt einen Götz ab. Hannes und Janne sind noch drinnen. Wir holen jetzt einen Götz ab, dann geht's nach München. Also wir haben jetzt die Jungs gedroppt hier beim Hotel. Wir fahren jetzt weiter. Wir fahren jetzt zum Skatepark. Das Wetter ist nicht so gut, aber schauen wir mal. Hoffentlich hält's. Wir fahren jetzt. Ja. Ich bin jetzt nicht mehr da. Ja. 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 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Auf die Plätze! Fertig? Die Hände gebraten! So, erste Manja für Marius. Marius! Marius! Ah, das ist Bier, das ist Bier! Marius, das ist Bier! Marius hat die Erde umgedreht. Fair play, fair play, der dringt schneller. Ach, Marius. Hat schon. Ah, okay. Und tschau! Ja, nämlich auch! Und tschau! Ah, ja! Juhu! Juhu! Beide! Startschuss oder so? Au! Seid ihr bereit? So! Das war jetzt ein Bier-Race aus einer ganz anderen Art und Weise. Das letzte Race des heutigen Abends! Wir fassen da gar nichts recht mit Ihnen! Ich muss zu euch oder zu denen! Auf die Plätze! Fertig! Roch! Eben! 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 Eben Bis zum nächsten Mal. 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 Aus was bestehen die Leiden? Ja. Bis zum nächsten Mal.